Nein, ich schieße eine halbe Stunde schon vorbei. Was geht ab, Freunde? Heute ist es soweit. Heute wird der Schläger geschwungen. Und zwar spielen wir Golf with Friends mit Dano und Brox. Es wird lustig, Freunde. Ich bin nagelneu in dem Game. Ich zock's das allererste Mal. Also bitte händet mich nicht, wenn ich übelst verkacke oder so. Ich muss ja erstmal reinkommen, aber es wird trotzdem nice. Haut doch den Like auf den Abo-Button und jetzt viel Spaß. Let's go, Leute. Wir sind in der Runde Golf, Digger. Und Brox ist ründig. Hau rein. Nein. Ich auch. Ich bin auch ins Wasser gefallen. Ich bin wieder raus, leider aus der See. Ganz lockeres Ding hier. Und rein damit. Och, das kann nicht sein, Digger. Nein, so knapp. Mal gucken, wie viele ihr braucht. Ich bin mal gespannt. Das war gerade schon mein Vierter. Ach, Digger, das ist mein... Ja, Leon, Digger, es geht wieder los. Es geht wieder los. Ich sehe schon, Kasper will Probleme haben. Oh mein Gott. Hat er sich gerade bewegt. Und, ja, hier drüben. Und jetzt, pass auf, mit, mit, ja, pass auf. Man muss das mit Gefühl machen. Und jetzt mit einem Schlag. Oh, Acht Schläge. Acht, Alter. Acht Schläge. Oh Mann, Jungs. Jungs. Hast du mit der Übel reingeschissen, Alter. Ey, aber komm. Ich muss dazu sagen, ich bin auch komplett neu. Ich muss dich auch jetzt mal warm spielen. Ja, stimmt. Guck mal, ich hau jetzt hier voll durch, Digger. Ja, moin. Nein. Das war so gut von mir. Nein. Digga, es, es war richtig gut von dir. Nein. Ja. Hast du rausgehauen? Ohne One, Digga. Tatsächlich. Hey, ihr Herd. Und ich bin zu weit hier wieder. Ach, nee, Alter. Oh, Schwung und. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, Derno. Ja. Nein. Warte, ich roll ein Stück zurück. Aber jetzt komm ich. Jetzt mit Gefühl. Oh. Ah, okay. Drei Schläge ist ja auch nicht schlecht, Derno. Ist auch nicht schlecht. Oh, hier. Der ist auch drin. Und. Leute, das war richtig knapp, ey. Mann. Och, Mann. Er gönnt mir nicht. Kasper, Digga. Hey. Nein. Und jetzt. Oh, Mann. Hey. Sechster Schlag schon. Endlich mal sieben Schläge, Jungs. Ich habe gehört, wir wetten um Döner-Teller, mein Bester. Habe ich auch gehört. Okay. Okay. Das ist risky für mich, aber ich bin ready. Ich bin ready. So, was war hier anscheinend. Oh, oh. Ah. Ja, perfekt, Kasper. Kasper, Digga. Habe ich meine Chance direkt verhauen. Leon ist durch. Wo? Wo jetzt hin? Ah, okay, ich sehe es schon. Okay, okay. Oh, oh. Alter. Oh, 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 oh. Stabil. Oh, nein. Das kann nicht sein. Alter. Ja, Derno. Ha, ha. Ha. Digga, ich war's. Oh, du schaffst nicht da durch. Und Kasper. Ja, was ist ich? Reflexe. Ich muss mich erst mal dran. Ja. Oh. Jawohl. Ja, Baby. Double Bibi. Fünf Schläge, ja, ich hol langsam auf. Ich hol langsam auf. Oh, Leute. Ich muss schon doppelt so viele Punkte wie Derno, Alter. Wir müssen die Bahn erst mal analysieren. So, gucken wir auch mal. Erst mal müssen wir gucken hier. So, aha. Aha, da ist das Loch. Oh, das wird richtig schwer, Digga. Aus der Rampel runter und dann dann die Zuckerstangen. Ja, ich bin gut. Ich bin gut. Ey, das ist nicht deren Ernst. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut unterwegs hier am Start. Digga. Das ist nicht deren Ernst. Und? Ja, was ist das denn hier? Ja, das Game ist sehr gut. Der hat auch gepackt. Nein, ich fall schon wieder raus. Wir haben gepackt, Digga. Oh, zwei Schläge, Jungs. Nein, ich fall schon wieder raus. Zwei Schläge. Nein, ich bin so dumm. Das schaffe ich jetzt mit zwei Schlägen. Ich will nichts sagen, Jungs, aber ihr hängt ein bisschen hinterher. So, okay. Derno hat's geschafft. Double Boogie. Double Boogie, Digga. So, und den kriegen wir auch easy hin, Freunde. So, und tschüssi. Nein, das kann nicht so. Ja, mit fünf Schlägen, Digga. Fünf Schläge ist, okay, ich hab ein bisschen gefällt. Guck's dir an, Digga. Zwei Schläge. Nein, ich Idiot. Als ob, Digga. Ho, ho. Hole in one. Hole in one. Ja. Hole in one, Alter. Kasper holt jetzt auf. Was der Hell. Digga, hole in one. Ich hab drei Schläge gebraucht. Zehn, Junge. Junge. Er gönnt mir. Er gönnt mir. Die Taktik. Bam. Wow. Als ob, Digga. Ich dachte grad, du holst es hole in one, Alter. Komm, Digga. Zack. Nö, Denno, au. Ja. Oh, jawohl, Digga. Ich hab auch zwei Schläge. Guck mal, Denno macht ihn rein, natürlich. Kasper. Egel. Kasper könnte kittisch sein. Oh, Birdie, Alter. Drei Schläge. Ein Schmack mehr als hier, aber okay. Das war nicht stark. So würde ich fast sagen. Kann ich ihn nicht sogar irgendwie so machen? Erstmal auf... War nicht so stark? Nein. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Ich hab schon noch einen zweiten Schlag rausgehauen. Finde ich gut, Digga. Wo ist denn das Hole? Ist das hier schon das Hole? Nee, nee, nee. Und wir müssen am besten da nach hinten. So. Und, äh... Oh, oh mein Gott. Ich hab so Glück. Ich bin oben rüber geflogen und dann rein. Der lag gut rein, Digga. Alter, Junge. Golf ist es einfach. Golf ist es einfach. Deno, Deno, Deno. Ja. Was ist die Sache? Ja. Ich sag, wie es ist, Digga. Golf ist es einfach, Digga. Oh, Deno. Oh, du musst richtig... Nein, jetzt verhaue ich es. Du musst richtig langsam machen. Nein. Nein, ich flieg auch noch mal rüber. Oh, ich bin ein Schlag im Voraus, Digga. Das ist gut. Scheiße, Leute. Oh. Fünf Schläge hab ich gebraucht. Och, Mann. Digga, Mann. Na, ist ein Gleichstand oder was? Ach, stimmt. Ja, ich glaub nicht, Digga. Hä? Sechs Schläge. Oh, Gleichstand. Oh, Mann. Easy. Oha, Digga, die Bahn. Alter. Hä, wo geht's? Hier, links oder links? Hey. Oh, na super, Digga. Ihr müsst den ganz richtig schnell machen. Was für richtig schnell. Egal. Du Sau. Du Sau. Hä, Digga. Mein Gott, Digga, so schlecht. Hä, Digga, ich mach's halt und dann ist einfach Fail gewesen. Oh. Auch gut, wir machen hier ganz entspannt. Das so hier, zagen zu entspannt. Oh, wollen wir hier runter. Ja, hab ich falsch bedichtet. Ich würde sagen, mit drei sind wir drin im Geschäft. Kuss geht raus an die Hälfte. Mein sechster Schlag jetzt. Leon, Digga, wie furchtig das? Alter, Kasper. Hier ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ja, sieben Schläge. Ey, Mist. Okay, wo geht's jetzt lang? Hier. So, hier. Okay. Easy, eigentlich easy. Oh. Ah, ja. Er gönnt mir. Ja, er gönnt. Er gönnt mir auch, Freunde. Er gönnt mir, aber... Nein, er gönnt nicht. Hole in one, Deno. Hole in one. Und Kasper war auch nur drei Schläge. Ja, so bitter. Aber trotzdem. Vielleicht krieg ich Deno noch. Birdie. Mitunter ein Paar beendet, Deno. Nein. Das kann doch nicht sein. Oh, ja. Ahaha, Deno. Oh, das schmeckt doch. Ja, Dega. Nein. Also, hättest du das geschafft, Dega. Das ist schon das zweite Mal, Mann. Wilde Taktik. Wilde Taktik. Ich schmeck schon den Döner-Teller in meinem Mund. Ahaha. Wilde Taktik, aber, Bro. Wilde Taktik, Deno. Junge, die bringe ich jetzt durch, Alter. Ganz im Ernst. Und? Oh, so knapp. So knapp. Ich gönne dir, dass du das jetzt gleich schaffst. Ja, perfekt, Deno. Fährt Dega erst noch hinter Kaspar. Dega, erst mit zwei Schlägen geschafft. Deno, dich krieg ich noch. Ich krieg dich noch, Deno. Kein Problem. So. Das war doch schon mal nicht schlecht. Freunde, das war doch schon mal nicht schlecht. Wo ist... Aha, ihr kleinen Nachmacher. So. Und jetzt. Zack. Oh. Oh nein, Kaspar. Stammt noch mal. Jetzt aber. Zack. Ja. Oh, zu weit. Mist. Hab ich. Kaspar, wieder fünf Schläge. Ja, sorry. Ja. Richtig, richtig. Dabbi, Bubi. Ich kann es fühlen. Nein. Oh, ich krieg ihn jetzt aber direkt mit dem zweiten Schlag hin. Den krieg direkt mit dem zweiten Schlag hin, Freunde. Nein. Ich bin an der Corner. Nein. Ey. Alter. Ja. Verdient. Verdient. Was soll das? Oh nein, zu weit. Ganz belastend. Nein. Ich ramm wieder runter. Nein. Oh, wie gut. Ha. 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 Boogie. Oh Gott. Was ist das denn? Oh, die letzten drei Maps. Es wird spannend. Es wird spannend. Es wird spannend. Oh nein, man muss, man muss echt richtig, man muss, darf nicht Vollspeed. Hä? Okay. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hä? Der könnte ja noch. Ja. Ich bin drauf. Warte mal. Warte mal, komm. Komm, komm. Der könnte ja noch richtig. Hüpf. Hüpf. Hüpf doch. Oh. Ja. Okay. Nein. Hä? Schon vierter Schlag. Kann ich so machen? Und? Nein. Nein, oh Gott. Wieso muss ich da nicht hinschießen? Wo schießt du hin, Kaspar? Oh, Kaspar, du musst rechts, du musst rechts, du musst rechts, Digga, wo schießt du denn hin? Wohins? Nein. Digga, Kaspar, du musst doch nicht in den Golf. Ich schieß eine halbe Stunde schon vorbei. Mein neunter Schlag. Wie soll ich das denn da hoch schaffen? Hä? Hä, Digga, sag mal ehrlich jetzt. Ich mach vor Seite, wie soll ich das da... Wie soll ich von hier auf die Rampe kommen, Digga? Digga, DNF. Wenn die Rampe da direkt vor dir... Ach, Leute, Digga. Hä? Dieser... Nein! Es kann nicht sein. Zwölf Schläge, Alter. Oh, zwölf Schläge. Das war mein Todesurteil. Das war mein Todesurteil. Ich muss jetzt beide Hole in one machen, Alter. Das macht sich gut im Scoreboard, oder? Das ist wieder nichts mehr. Der denkt, wir spielen einfach Bowling, Digga, dass wir die meisten Pins brauchen. Nein, ich bin auch bei dir, Denno. Nein. Ja, oh, wichtig, wichtig, wichtig. Hey. Ja. In so eine kleine Lücke einfach. Ja. Ich mach jetzt aus, ich bin gelendet. Ey, nein. Nein. Drück, drück, hüpp, hüpp. Nein. Nein. Ich bin so doof grad. Ich hau so viele Schläge grad weg. Leute, fünf. Ich hau so viele Schläge grad weg. Mach nicht diesen, Digga, mach nicht diesen. Ja. Ja. Echt? Schon acht Schläge hat er? Oh mein Gott, ja, wobei. Oh, loll. Neun. Digga, es ist schon der achte Schlag. Oh Gott, neun Schläge. Es ist einfach schon der achte. Neun, Digga. Oh Gott. Oh, das tut weh. Das tut weh. Ich bin eh raus, Jungs. Ich bin eh raus. Aber ist auch wie mein allererstes Game. Okay, Digga, wir ziehen. Leon, das wäre schwierig. Oh mein Gott, die gönnen richtig. Ey, guck mal. Ja, jawohl. Kleiner Bounce noch hier runter. Perfekt. Und die gönnen gar nicht mehr. Die gönnen gar nicht mehr. Die gönnen gar nicht. Die gönnen gar nicht. Die gönnen. Gönnen. Ja. Jetzt wird die Röntgen strahlen. Gönnen. Ja. Jawohl. Nein, 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 nein. Och nöö. Und? Oh, was? Ja. Ja. Da macht er noch rein. Was machst du? Ich bin drin. Digga, gib einfach Vollgas. Oh mein Gott. Du hast Glück gehabt Vollgas. S, 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 O, M, S. Nein. Jetzt volle Kanone, Digga. Und? Leute. Oh. Ja, jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Ja, Leon. Oh. Brems, 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 brems. Jetzt muss er ihn auch reinmachen. Jetzt muss er ihn auch reinmachen. Nein. Oh, da haben sie doch ein wenig gegönnt, Digga. War knapp. Nein. Aber war klar, Freunde. War klar. Komm. Für meine erste Runde habe ich mich doch gar nicht schlecht geschlagen, oder nicht? Freunde, ich muss sagen, für die, komm, also wirklich für die, für die allererste Runde Golf, ich würde sagen, wir machen eine Revanche. Und für die allererste Runde Golf war es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich habe heute ein bisschen verkackt, ein bisschen Glück gehabt, aber, ja, Freunde, ich muss auf jeden Fall noch einiges üben. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, hauptt euch auf den Like und auf den Abo-Button. Euch einen wunderschönen Tag. Checkt auch gerne die anderen beiden Videos aus. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Outro